Someone New von Laura Kneidel Es liest Caroline-Sophie Göbel Habe den Mut, du selbst zu sein. Es ist ein Prozess, mit dem du jederzeit anfangen kannst. Annabelle Steele Wie lange muss ich das wohl noch ertragen? Diese Frage stellte ich mir zum wiederholten Mal an diesem Abend, während mich Gwendoline Finn, die beste Freundin meiner Mom, von Kopf bis Fuß musterte. Abschätzend ließ sie den Blick von meinen schwarzen Haaren mit dem kurzen Pony über mein Louis Vuitton-Kleid hinab bis zu meinen Schuhen gleiten. Ein altes Paar Jimmy Chus aus der vorletzten Frühjahrskollektion. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie nicht nach Yale gehen werden, sagte Mrs. Finn. Da haben Sie richtig gehört, antwortete ich. Und Sie werden tatsächlich das örtliche College besuchen? Ich sah sehnsüchtig zu einem der Ausgänge, ehe ich nickte. Mrs. Finn starrte mich fassungslos und mit einem Hauch von Ekel an, als befürchte sie, ich könnte mir am MFC, dem Mayfield College, eine ansteckende Krankheit einfangen. Alles, was nicht Yale, Brown, Dartmouth, Harvard oder Princeton war, lag vermeintlich unter der Würde dieser Menschen. Nur ein Auslandssemester in Europa war darüber hinaus noch akzeptabel. Aber Sie planen weiterhin Jura zu studieren, nicht wahr? Selbstverständlich, erwiderte ich mit einem falschen Lächeln und versuchte nicht daran zu denken, wie sehr ich die nächsten Jahre hassen würde. Tatsache war, dass ich mich weder für Politik oder Gesetze noch unseren Rechtsstaat interessierte. Während der Anwaltsberuf in der Theorie für mehr Gerechtigkeit auf der Welt sorgte, was eine schöne Vorstellung war, bedeutete er in der Praxis vor allem, reiche Menschen noch reicher und arme Menschen noch ärmer zu machen. Zumindest entsprach das meinen Beobachtungen der letzten Jahre. Und Ihr Bruder? Er reist gerade durch Europa, nicht wahr? Ja, antwortete ich gelangweilt. Wieso nervte mich diese Frau mit Fragen, auf welche sie die Antworten bereits kannte? Naja, zumindest kannte sie die Lügen, die meine Eltern verbreitet hatten. Mein ältester, Carter, hat einige Monate in Italien verbracht. Eine wunderbare Erfahrung. Michela, da bist du ja. Die Stimme meiner Mom, die geradewegs auf uns zugelaufen kam, ließ mich und Mrs. Finn aufblicken. Sie trug ein dunkles Kostüm mit plässiertem Rock, und ihre Stöckelschuhe klackerten auf dem polierten Marmorboden. Ich suche schon die ganze Zeit nach dir, um dir jemanden vorzustellen. Kennst du Marshal Millington bereits? Sie deutete vielsagend auf den jungen Mann, den sie im Schlepptau hatte. Er war vermutlich in meinem Alter, 18 oder 19, aber sein grauer Anzug war identisch mit dem, den mein Dad heute trug. Es freut mich, dich endlich kennenzulernen, sagte Marshal und streckte mir die Hand entgegen. Er hatte ein niedliches Lächeln. Ich ergriff seine Hand. Marshal Millington, schöne Alliteration. Bist du ein Superheld? Wie bitte? Naja, wie Peter Parker oder Wade Wilson, erläuterte ich. Die Verwirrung in Marshal's Augen wurde nur noch größer. Mach dir nichts draus, kam ihm meine Mom zur Hilfe. Mir sagen diese Namen auch nichts. Michaela hatte schon immer einen sehr speziellen Geschmack. Wahnsinnig charmant. Sie tätschelte Marshal die Schulter, wobei die goldenen Armbänder an ihrem Handgelenk klimpernd gegeneinander schlugen. Mit gespieltem Interesse hörte ich Marshal zu, wie er von seinem Praktikum bei einer Zeitung erzählte und davon, wie er Donald Trump Jr. hatte interviewen dürfen. Natürlich war er Republikaner, was sonst? Ich blieb, bis ich die Unterhaltung unserem Präsidenten zuwandte und ich es keine Sekunde länger aushielt. Mit der Ausrede, mich frisch machen zu wollen, eilte ich davon, bevor mich weitere Klienten und Geschäftspartner meiner Eltern ansprechen konnten. Doch statt ins Badezimmer flüchtete ich in die Küche. Die lauten Stimmen und grellen Lacher hinter mir wurden leiser und ich atmete das erste Mal seit zwei Stunden erleichtert auf. Obwohl sich meine Eltern nie in der Küche aufhielten, war sie so groß wie ein Einzimmer-Apartment und verfügte über einen professionellen Herd, wie ihn sich jeder Fünf-Sterne-Koch in seinem Restaurant wünschen würde. Gekocht wurde hier allerdings nur von ihrer Haushälterin, Rita. Nicht mal die Häppchen, die das Catering-Personal verteilte, waren hier zubereitet worden. Überall standen mit Folie abgedeckte Tabletts und Aufbewahrungsbehälter herum. Ich öffnete den Kühlschrank, ein monströses Teil aus Edelstahl mit zwei Türen und genug Platz, um Lebensmittel für eine zehnköpfige Familie darin zu horten. Trotzdem herrschte darin gähnende Leere, mit Ausnahme irgendwelcher Smoothies und weiterer Haudoeuvre. Nachdem ich den Kühlschrank wieder geschlossen hatte, zog ich mir meine Jimmy Choo's aus und kletterte auf die Anrichte, was sich in dem schmal geschnittenen Kleid als ziemliche Herausforderung erwies. Da meine Eltern keinen Industriezucker im Haus duldeten, versteckte Rita im hintersten Eck in einem der Schränke immer ein paar Schokoriegel für mich. Aber mein Lager war leer. »Fantastisch«, murmelte ich genervt und war gerade dabei, von der Anrichte zu klettern, als die Tür hinter mir aufgestoßen wurde. »Shit«, langsam drehte ich mich um in der Erwartung, Mom wäre mir gefolgt. Doch es war nicht meine Mutter, die in die Küche gekommen war, sondern ein Kellner. Er war wie vom Donner gerührt stehen geblieben und starrte mich mit weit aufgerissenen Augen an. Bei dem Versuch, von der Anrichte zu steigen, war mein Kleid hochgerutscht, sodass der Kerl jetzt einen ungehinderten Blick auf meine rote Spitzenunterwäsche hatte. Völlig ungeniert gaffte er mich an. Herausfordernd hob ich eine Augenbraue. »Gefällt dir die Aussicht?« Er ließ den Blick von meinem Hintern zu meinem Gesicht wandern. Gleichgültig zuckte er mit den Schultern. »Schwarze Wäsche hätte mir besser gefallen, wenn ich ehrlich sein soll. Aber rot ist auch in Ordnung.« Ich sprang von der Anrichte, zog das Kleid über die Oberschenkel und betrachtete den Kerl eingehend. Ich war mir sicher, dass sie mir heute noch keinen Champagner hatte aufdrängen wollen. Seine kantigen Gesichtszüge und die vollen Lippen, die er jetzt zu einem schiefen Lächeln verzog, wären mir aufgefallen. Und obwohl seine spitze Nase ein wenig zu groß für sein Gesicht war, änderte das nichts an der Tatsache, dass er mit Abstand der attraktivste Mann des Abends war. »Schwarz ist langweilig,« erwiderte ich schließlich. »Schwarz ist elegant.« »Ist deine Unterwäsche schwarz?« Ein amüsierter Ausdruck trat auf das Gesicht des Kellners und Grübchen drückten sich in seine glatt rasierten Wangen. »Wer sagt, dass ich überhaupt welche trage?« »Die ist klar, dass du hier Essen servierst, oder?« »Aber das tue ich mit meinen Händen und nicht mit meinem.« Er hielt inne und presste die Lippen aufeinander, um das Wort zurückzuhalten, das ihm eindeutig auf der Zunge lag. Dann räusperte er sich. »Was machst du überhaupt hier?« »Suchst du etwas?« »Essen.« »Davon haben wir jede Menge.« Ich schnaugte. »Das sehe ich. Aber habt ihr auch etwas ohne Kaviar, Hummer oder andere tote Tiere?« »Ich fürchte nicht.« »Verdammt!« Mit einem Stöhnen lehnte ich mich gegen die Anrichte und schlang die Arme um meine Mitte, als könnte ich meinen Magen so davon abhalten, ungeduldig zu knurren. »Vielleicht kann ich dir helfen.« Der Kellner kam näher, bis ich erkannte, dass seine Augen grün waren. Statt vor mir stehen zu bleiben, lief er an mir vorbei zum Vorratsraum, in dem für gewöhnlich nur Konserven und trockene Lebensmittel gelagert wurden. Doch heute stapelten sich darin mehrere Taschen und Jacken. Er ging in die Knie und durchwühlte den Werk aus Stoff. Ich konnte nicht sehen, was er suchte, bis er sich aufrichtete und mit einem Sandwich auf mich zukam. Wortlos hielt er es mir entgegen. Ich zögerte nicht. »Danke, du hast was gut bei mir.« »Ich nehme gerne Trinkgeld.« »Sollst du bekommen.« Ich wickelte die Folie vom Sandwich und nachdem ich mich vergewissert hatte, dass wirklich kein Fleisch darauf war, nahm ich einen gierigen Bissen und stöhnte auf. Es schmickte fantastisch und das nicht nur, weil ich total ausgehungert war. »Wie heißt du?« fragte ich mit vollem Mund. »In meinem Kopf nenne ich dich die ganze Zeit der Kellner. Leute haben mich schon Schlimmeres genannt.« Die Bemerkung kam ihm locker über die Lippen, aber dabei flackerte etwas Dunkles in seinen Augen auf, das nicht zu seinem Tonfall passte. Irritiert wartete ich darauf, dass er sich vorstellte, aber er sprach nicht weiter. »Jetzt sag schon«, drängte ich. »Julian«, antwortete er schließlich. Und das war alles. »Julian. Kein Titel, kein Zweitname, kein Nachname, um sich zu profilieren und um mich wissen zu lassen, wie viel Geld seine Familie besaß. prophecy bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.